Speise-Girls-Konzerte, haben sie doch alle unterschrieben? Speise-Girls Die Verträge für eine neue Konzerttour sollen sogar schon unterschrieben sein. Am vergangenen Freitag habe Mail B. 42, laut TMZ ihre Unterschrift unter die Papiere gesetzt und auch die restlichen Mitglieder der legendären Bahn sollen eine Rückkehr besiegelt haben. Dabei hatte erst vor wenigen Tagen deutlich erklärt, ich werde nicht auf Tour gehen. Die Girls gehen nicht auf Tour. Damit schienen die Träume der Fans zerstört. Nun besteht offensichtlich aber wieder Hoffnung. Sogar Pos Speise soll die neuen Verträge unterzeichnet haben. Ob Edementi also nur ein Ablenkungsmanöver war? Oder musste man bei der 43-Jährigen erst noch Überzeugungsarbeit leisten? Jahrelang soll eine Wiedervereinigung der Musikgruppe an der vierfachen Mutter gescheitert sein. Glaubt ihr, das auch jetzt unterschrieben hat? Stimmt ab! Ich rufe, das auch jetzt durch. Ich rufe, das auch genau. Bis zum nächsten Mal.